Untertitelung des ZDF, 2019 Arn Zucker, wo es ist geboren geworden in 1894 in dem Städtel Die Midovke, Lutzker Gegend Ukraine. Noch ein Kind hat man gesehen an ihm eine Tee zu Musik und Gesang. Zu 12 Uhr führte er kein Lutzk, wo er wird am Erschäuerer Bachazen. Etliche Uhr hat er sich gelernt in der Geschäfte und dort bekendte er sich mit der moderner jüdische Literatur. Zu jener Zeit hat er uns schreiben Lieder, welche er schickt in verschiedenen Redaktien. Also er kamen zu Jüdlamit Peretzten, a Bintel von Arn Zuckerslieder. In 1913, losste er sich fuhrenk in Amerika, aber auf dem Weg stellte er sich Hup in Warsche, sich zu treffen mit Peretzten. Arn deklamiert seine Lieder vor Peretzten und Neuech Preludzki. Jene prüven ihm upzuretten von fuhrenk in Amerika, aber der jungen Paet hat sich eingespart. Und nun im 1914 kommt er in New York. Sein erster literarischer Debut in der Goldenen Medine ist vorgekommen im 1917 in der Ausgabe »Idische Togibblatt«. Später fährt man im 1915 mit Eib Kahn, dem Redaktor von Vorwärts, wo er drückt sich schon unter dem Pseudonym Aleph Lutzki. Nicht leicht ist gewesen sein Weg auf der jüdische Gast von Amerika. Die Gruppe Junge, ob im Batsächern sein Schaffung wie Amin noch machen, aber um Reisens Lieder. In 1918 wird Lutzki mobilisiert in der Amerikaner Armee und hat teilgenommen in die Schlachten bei Verdun in Frankreich. In 1921 kommt Vorakär in sein schafferischer Tätigkeit. Es warst sich Aräus sein theatraler Talent. Er spielt heute seine eigene Lieder und redet ihn mit speziellen theatralisierten Programmen. In 1927 erscheint sein erste Lieder-Sammlung »Umitig und Freilach« oder »Nemt es« »Sis gut verreich«. In Europa wird er populär durch ein berühmten Rezitator »Herz Großbart«. Melach Ravitsch und wegen seinem Talent ungeschrieben Masoi. Lutzki ist gewesen als sein meisterhafter Interpretator von seiner eigenen Lieder, macht mit er und seinem Lied seinen gewesen eins »Guff und Nischumme«. Aleph Lutzki ist gestorben in New York in 1947. – Das Wasser in Teppele, und er füllt als er besundener zu untergezogen und ist er geworden, also ich war ihm. Und als er wird warm, ist es ein Mechai zu leben auf der Welt, es ist ein guter Leben. Und als ich in einem Mechai zu leben auf der Welt will jeder Wasser in Teppele, das ganze Leben versichert, das ganze Teppele versichert, aber die Wasser will uns nicht nur geben, schlagen Sie sich mit den anderen. Das ganze Geschleck kommt von unten, auf dem Deck von Teppele, dort tut sich ein Heuschach. Dort fliehen die Chwales, die Räume von Europa, und die Räume von Europa. Zu Tummelte Fasole, es läuft ein Räume und keine Sache noch nicht gefunden. Ein Fasole mit der Zuris in der Hemd, die Jogzer Bargeräume, sie müssen sich ein Räume von Teppel haben. Also die Fasole, die Jogzer Bargeräume, die Jogzer Bargeräume, sie müssen sich ein Räume von dieser Welt befinden. Doch wir müssen die Zuris in der einem Glöchsen Bargeräume, die auch hier im Räume von der Sturis verursacht. Auf dem Fließende Räume sind die Zuris in der Jogzer Bargeräume, der Räume von der Jogzer Bargeräume zu sehen. Also die Zuris in der Jogzer Bargeräume sind die Menschen verbunden. ... Die Gruppe Fasoles haben zusammengeguckt, sie haben immer gemacht, sie haben immer gemacht. Die Gruppe Fasoles haben sich gemacht. ... A schwarze Fasole! A bosneneger! A neger vom Bosn, ... lief da rum, dreht mir die Seiten, ... wacht mitten hinten, ... was will der von mir, wo's? Die Welt is a weiße, ... a eier Welt, ... brecht sich allein die Kap, ... bloß mal es von da, ... die kommt den ganzen, ... nicht wahrst du da. A niedere Fasole! A niedere Fasole! A zarte, a zarte, ... an uns gebringene vom Vor- und von die Seiten, ... dreht sich herum, ... a kokettkele, ... dreht sich herum, ... und kokettiert mir, Wenn du es nicht gefällst. Aber du bist ein Gitarist, du hast doch leider alles! Du hast zwei Fasoles! Schlagten Sie von das Holz aus, Kopf bis Kopf! Du hast dich aber auch in den Kopf! In den Kopf, in den Kopf.. ... und in den Kopf, die in den den Kopf, in den Kopf, in den Kopf und ins Dachd. Und die haben noch nicht geholfen, ... und zurぉere Ausbildung auch tanzen! ... und von unten, von unten, von unten, von unten... ... und von unten, von unten, von unten... ... und ein Fasolkele! Sieht hier über die Zarte! Das war's für heute. Einmal soll es gehen. Ein kleiner Bebele, ein Bebele. Ein kleiner Bebele. Ein Bebele, ein Jossemul. Die Mama ist nicht lange zu krochen geworden. Lief darunter Jossemul und schreit Mann, blablabla, 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 blablabla. Wer hält sich zu der Jossemul auf der Welt? Das ist in Feuer, das ist in Brand, das ist in Umblick. Schreit da und schreit der Jossemul, schreit und schreit und schreit und schreit und schreit und platzt da wegschreien. Aber die Platz ist gleich in der Welt. Einfach alle nicht verknüden gedacht und verloren dem Kopf. Läuft sie herum und schreit und schreit und schreit, ich will leben, ich will leben. Soll sein ohne Kopf, aber leben will ich, ich will leben, leben will ich. Einfach alle wieder einmal nicht verknüden gedacht und verloren die Häusern. Steht sie in der Winkel und zittert sich alleine in die Schule. Etliche grüne Arbessler, grüne, grüne, grüne Emigranten, wir wissen den ganzen nicht, wo du tut. Sag, wo ist sie da? Wer hat uns da reingeworfen in dem Teppel? Wir gehören zusammen an der Teppel. Lasst uns auch von da an, so gefällt es in der ganze Teppel. Wer hat uns die Gebet nach einschicken, doch ernsthaft. Nicht weg die Wiese und lasst uns auch von dem Teppel. Lasst euch von Teppel. Wo sie da Sachen von mir sagt. Oberer Lange Fasole mit der Lange Fasole, einer Lange Fasole, einer Philosophersamen. Ja, das ist schon still. Noch nicht schreien. Malz kommt von oben, Malz kommt von oben, ist vor einer Hand, was warft alles in den Teppel rein, in den Teppel rein, alles geht in den Teppel rein. Sei still. Darf man nicht schreien. Warum, was soll gewinnen mit verrückten Nationen? Was soll gewinnen? Eingelegt. Dort ist schon still. Dort ist Demokratie, läuft herum, und ihr schreit, und ihr Gwalt wird, haben wir da rupen, rupen. Das liegt eigentlich schon still. Sticker Zibel ist. Zibel ist. Zibel macht nicht den Tummel. Ahoi, Fisa, Ahoi, Fisa, Ahoi. Ahoi, Fisa, Ahoi. Warum die Zibel tracht sie aber sich? Wo schreien? Wo ist gewonnen? Das ganze Leben nicht mehr wert, wie ein Zibel und ich bin alle noch ein Zibel. Ahoi, Fisa, Ahoi, Fisa, Ahoi. Und das ist gewesen, Schaschstil ab der Welt. Was haben die Fasolias und die Schnaps? Was haben sie getan? Fliegen sie nach seiner Zibel, fliegen sie verdrehen in den Näsern, schmecken sie nicht, brennt die Zerf. Ahoi, Ahoi, Ahoi. Die Fasolias sind besser gewalt. Gewalt, Brüder und Schwester, nicht mehr die Pistole, nicht mehr sich raten, nicht mehr machen die Demonstration, nicht mehr sehen, was es zu tun ist, nicht mehr. Nicht mehr machen die Union, nicht mehr machen die Fasolias, nicht mehr machen die Fasolias. Lass mich reden, ich muss reden, ich muss reden, ich muss reden, und ist das nicht mehr. Ahoi, 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 Klapp dir in Kopp, und so geh nachher weg. Aber ich sage nichts, ich weiß nicht mehr, aber ich habe die Fasolias, aber ich habe die Fasolias, ich habe die Fasolias, aber ich habe die Fasolias, Ach, mare vom Probzets no. Toppe, 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 toppe. Flieh in die schmalhezgalope. Aruifu, narofu, narofu, narofu. Oish, a-lam, bossilus. Oish, nisch mi fasteit, nisch mi weis, nisch muzer. Oish, heets. So, so. Super, super, super. Untertitelung des ZDF, 2020